Der Newsflash Bentley bringt die dritte Generation des Continental GT. Der neue Continental GT ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig die konsequente Weiterentwicklung einer Idee ist. Der Continental GT bleibt somit seiner Grundlinie treu und gibt auch weiterhin den luxuriösen Langstreckengleiter. Allerdings mit stark aufgefrischten Linien. Dabei kann er sich auf hochmoderne Technologien, wie zum Beispiel ein 3-Kammer-Dämpfersystem und einen mächtigen W12-Motor verlassen, der aus 6 Litern Hubraum 635 PS holt. Top Speed 333 kmh. 0 auf 100 ist in 3,7 Sekunden erledigt. Wirklich beeindruckend ist auch sein Drehmoment von 900 Newtonmetern. Dass der Zeitgeist selbst einem Bentley modische Gimmicks abverlangt, mag verstören, aber das rotierende Display in der Mittelkonsole sucht seinesgleichen.